Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es bei mir um das See you in Crane M2. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video geht es um das Rode Wireless-Low System. So eine elektronische Spritzpistole. Let's Play aus dem Jahr 1999. Ja, hier bei Google hört sie sich so ein bisschen beschwollener an. Hier geht es heute um den Nudelsalat. Wird jetzt nochmal ordentlich durchgemischt. Nehme ich euch einfach mal mit auf den Schritten, die ich jetzt mache, um so eine leckere Sauce herzustellen. Vielen Dank. Und macht die Fückung an. Und jetzt sehen wir 8, 7, 6, zwar zählt jetzt einfach hier den Countdown runter, da steckt jetzt das Filterchen drin. Und jetzt beginnt der Kampf, jetzt muss man das nämlich hier rausziehen. Ich freue mich, wie ihr seht, zwischen zwei Kameras zu stehen, gibt auch manchmal Probleme. Deswegen gebt mir mal einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.